Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben und dem Tobi. Wir spielen auf der 8x1-Map Flowers und da ich jetzt gerade noch meine Aufnahmeprogramme starten muss, muss ich mir jetzt kurz ranhalten, bevor ich erzählen kann, weil sonst habe ich schon direkt den dicken Nachteil am Start. Tobi, welches Team bist du? Äh, ich weiß es gerade nicht. Du bist Team Rot und bist du neben mir? Mann, man hätte jetzt ja auch einfach mal gechillt angehen können, aber nein, Tobi ist nicht neben mir. Hätte ich mich nur um einen Teampartner kümmert. Ach, Teampartner, ja, absolute Teampartner sind das. Die tun mir auch gar nichts. Raut sich eine zu mir? Ja, nee. Shit. Was bist du denn? Ich bin Team Gelb. Kann es sein, dass bei 8x1ern die Mitte tatsächlich weiter weg ist als bei normalen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt glaube ich das. Tatsächlich. Wo spawnden hier? Ach, komm. Ach, hier. Okay. Ich glaube, meine Blöcke reichen nicht. Boah, da geht schon die richtige Party ab, ey. Und das war wohl mein Handy. Alter, hier geht echt schon die richtige Party ab. Und einer baut sich auch direkt zu mir, was ich nicht so absolut toll finde. Ich hab das Anfangsgold. Hab 8 Gold. Boah, du Sackgesicht, ey. Locker. Jetzt hast du gewonnen. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Mann, baut sich keiner zu dir von deinen Teampartnern? Wir sind keine Teampartner. Ähm, von deinen Typen da? Ne, zum Glück gerade nicht. Boah, du bist ein richtiger Hässlern, Alter. Bei mir kommt hier direkt Team Schwarz an. Als hätte der nichts besseres zu tun. Der kümmert sich einfach um nichts. Ja, dann kill ihn doch. Ja, mach ich ja jetzt. Der hat ja auch nur eine Leder. Ich glaube, es ist noch gar keiner außer mir. No, mit der kann das sein. Ja, ist es auch nicht. Weil ich wieder zurück musste. Oh Mann, jetzt muss ich erst das Bett von Team Schwarz kaputt machen. Ich wollte mich jetzt gerade weiterbauen. Aber nee, ich muss ja erst das Bett kaputt machen. Zack. Ich sag, wo ist es noch online? No, das ist nicht mein Serious Ernst, ey. Bist du ganz tot? Ja. Na, nee, nicht ganz tot. Aber ganz tot runtergefallen, tatsächlich. Ganz tot runtergefallen, bist du so. Weiß Gott. Mann, der macht mein Bett jetzt kaputt. Echt jetzt? Ja, ich war zu inkompetent zum Leben. Ja, dann hol ihn dir. Ja, wie hol ihn dir? Der macht mein Bett gerade kaputt. Ich kann dir nicht helfen. Ja, ich bin tot. Ich snipe ihn ab. Ich habe ihn einmal getroffen. Äh, respawned haben. Ich bin... Gerespawned. Oh, ich habe dich getroffen. Ich habe ihn getroffen. Und da baut sich noch einer zu dir. Boah. Ich habe wieder den Stress meines Lebens, ey. Du hast ihn. Und von deiner anderen Seite. Ja, Tobi, da hörst du auf zu schießen. Ich habe nur noch ein Leben. Willst du ihn? Nee, aber du sollst nicht auf mich schießen. Oh Mann, hat... Oh Gott, der hat ja richtig gequillt. Baut dein Bett schnell noch zu. Ja, kann ich nicht. Dann kann ich ihn treffen. Ein paar Mal. Ich helfe dir nur ganz unauffällig hier. Du kriegst ihn. Ja, nice. Okay, ich habe keinen Spitzag. Ich habe drei Leben. Schwarz hat ein Schwert. Schwarz hat ein Schwert. Oh Mann, Alter. Ich bin unter Dauerstress hier. Ich freu dich da erstmal ein. Alles gut. Ich komme nicht mehr klar. Moll ist wirklich gut. Nee, nichts ist gut. Ich hau den Schwarzen weg. Okay, dann kümmere ich mich um den Grün. Ich habe ihn zweimal getroffen. Also er hat nicht mehr viel. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal eine Seite loswerden. Weißt du, wenn einer... Also wenn der Schwarze über die Brücke rannt, dann hole ich ihn mir. Oh nee, warte, ich muss schnell zu mir. Da bot sich nämlich einer zu mir. Hab ihn. Okay, alles chillig. Äh, Torben, ich kann im Bett nicht mehr lange schützen. Äh, ich bin tot. Ähm... Oh Mann, jetzt kümmt sich der Schwarze vor. Ja, ich muss eben Blau töten. Ja, mach das. Ich freu nicht sonst zu mir. Sorry. Ja, ich habe jetzt Eisen. Nice. Dann er kümmt dich und bleib erstmal einer Platz. Ich hoffe, jetzt kommt der Schwarze nicht, ey. Oh Mann, warum soll ich das denn ein? Boah, deswegen hast du dich erstmal einsam jetzt, ey. Wenn man im Dauerstress einsack ist. Echt, ich nicht. Ja, du hast auch einen Scheiß-Gegenspieler. Nee, ich hatte Glück. Dann habe ich auch noch Platz. Oh nein, jetzt... Da ist der Schwarze ja schon wieder. Aber diesmal kriegt er mal eine dicke Combo zu spüren. Und jetzt mache ich einen Abgang zu ihm. Leih, ich habe sicher ist sicher. Boah, weh, jetzt kommt der Grüne, Alter. Team Schwarze wurde es da nicht hier. Alles klar. Ist mir so aufgefallen. Weiß ich nicht, sollen wir das mal weitermachen, oder was? Können wir machen, ich habe gerade mal eben sicher ist sicher. Es kommen neue Achievements. Was hast du denn gemacht? Rettungsplattformen gekauft, irgendwie drei Stücke. Vielleicht auf einmal? Das Achievement ist ja nicht unmachbar. Ha, er ist einfach runtergesprungen. So, Tormus on fire. Wer hat mich nicht gesehen, Alter, voll süß. So, wer wollte jetzt nochmal stressen mit mir, scheiß Grün-Penner. Boah, ey. Weißt du, hätten die sich am Anfang zurückgehalten, hätte der Grüne noch viel länger leben können. Jetzt muss ich ihn töten, ey. Tut mir leid, aber es ist einfach so. Fall bitte noch einmal runter. Dann kann ich dich gleich schön töten. Leih. Ach, komm mal, Alter. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe doch gesagt, wer mit mir wie viel... Der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Team Schwarze wurde auch zerstört. Okay. So. Darf ich jetzt auch mal ein bisschen entspannter hier leben. Vielen Dankeschön. Nice, Tobi. Ja, ran zu mir halt wahrscheinlich mal in Bitt. Wieso? Hast du dein Bitt nicht? Ich wollte schon sagen. Ah ja, stimmt. Ich habe mein Bitt eingebaut. Womitten? Hörst du recht. Hast du da Kissen vorgesetzt? Nee. Wohl unnötig Kissen. Das ist das Beste, was man auf dieser Map marschen kann. Äh, Torben, gehst du gerade in die Mitte? Nein, absolut gar nicht. Nix. Der Mist, Kerl, Alter. Wirklich, ich war niemals in der Mitte. Ach so. Ich verstehe. Der Weg, der hat sich von selbst vervollständigt und diese gelbe Figur, der hat einfach nur deine Rüstung geklaut. Ähm. Bestimmt. Also ich weiß nichts davon, dass ich hier in der Mitte war. Okay. Nee. Dann bin ich ja beruhigt. Ist ein absolut fettes Gerücht. Äh, also wir lassen uns erstmal so rein zufällig in Ruhe. Ach so, hä, wir sind alleine? Torben? Ja. Wir sind alleine? Wir sind alleine? Oh, wir sind alleine. Loi. Hab ich aber auch nicht geschickt. Sneaky. Die sind alle schön draufgegangen, Alter. Ja, beziehungsweise dein Gegenspieler, da hat ja gelieft. Ja. Ja, ja. Richtiger Low. Ja, ich wäre halt gerade dann voll equipt zu dem Gerant, da hatte der wohl Bedenken, dass er das nicht verteidigen kann. Wo er natürlich absolut recht hatte. Weil das hätte er niemals verteidigen können, das wäre ja nicht machbar gewesen. Junge, stopp. Hörst du auf? Halt, stopp. So nicht. Hä? Wo bist du? Ich muss mich gerade um wichtigere Sachen kümmern. Oh. Ich sehe da etwas mit Optifine. Ja. Hörst du auf, zu mir zu kommen? Ich wusste gar nicht, ich hab geblufft. Heißt, da haben wir ihn. Leute, ich mach ihn platt. Könnte endlich sehen, dass ich ja eigentlich der Wettbewerb-Profi bin. Ich wusste, dass du gelogen hast, du hast nicht hingeguckt, aber... Wenn der Kist zuvor war, das hätte alles komplizierter gemacht. Man, ich dachte, ich könnte so richtig sneaky von hinten ankommen, aber dem war anscheinend nicht so. Frechheit. Frechheit? Ne, ist wirklich eine Frechheit. Das sehe ich auch absolut nicht ein, warum. Ne. Da bin ich gegen. Schon aus Prinzip. Ja. Das war echt cool eigentlich, weil ich hab dich echt nicht gesehen. Das war tatsächlich lustig. Für mich, ne? Ja. Für mich nicht so ganz. Tatsächlich war es für mich nicht ganz so lustig. Da hast du schon recht. Boah, ist so ein Dreck, ey. Das ist jetzt gemein. Und eine Frechheit zugleich, dass du mich einfach runtergeschubst hast. Ah gut, dann muss man nicht leben. Ne, ich kann damit nicht leben. Echt, ich will dich umbringen. Alles klar. Wie soll ich mein Bett abbauen? Ne, du weißt ja noch nicht. Das kannst du mir ja überlassen. Das werde ich nicht tun. Ich dachte, du kommst schon mal. Boah, ja, wie, ich hab nur die Clip. Ach so. Was soll ich denn tun? Gegen deine absolute Macht. Unterwerfe dich, mein junger Schüler. Alles, aber das nicht. Unterwerfe dich. Mann, diese scheiß Wege, ey. Weißt du, wär das einfach ein schön sicherer Weg, den du da gebaut hättest? Dann wär's so chilli, midi, didi, pidi gewesen. Aber nee. Du musst ja wieder übertreiben, so ein bisschen. Leid. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Nein. Boah, Tobi, was machst du denn? Komm doch jetzt zu mir. Ja, du warst eh wieder am Bogen. Ich rechne die ganze Zeit damit, dass du kommst. Und du sag jetzt nicht, kommst du einfach nicht. Das ist auch schon wieder unerhört so, Arsch. Da, du hast kein schlechtes Gewissen. Nö, nö. Das ist alles prima bei mir. Das ist ne Frechheit. Das ist ne absolute Unverschämtheit. Ach, jetzt war was so. Oh, das ist aber... Vielleicht komm ich ja von der Seite. Ich würde mich interessieren, ob du jetzt wirklich nach links oder rechts geguckt hast. Nö, nö, hab ich nicht. Ich bin beschäftigt. Alles klar. Weißt du, was das Problem ist? Ich höre halt einfach so die ganze Zeit, wie irgendwer hier was einsammelt. Aber das bin ich. Wow. Surprising News. Ja, Junge, Alter. Das nervt so ziemlich. Ja, Junge, Alter. Das nervt so ziemlich. Das ist gut. Das ist gut. Das wär auch nicht. Danke. danke egal du kommst da eh nicht durch boah ja deswegen du hättest das einfach immer weiter eingebaut und da hatte ich kein bock mehr drauf irgendwann irgendwann schließlich wo ist denn die tun was willst du jetzt machen du kannst mich nicht die ganze zeit töten da kriegt man schuss mit dem bohren aber mann alter ich hätte sogar beinahe geguckt aber ich wollte ich weiß ich hatte richtig schiss aber ich wollte noch unbedingt ach du bist du bist ganz hinten rumgeklettert ne ich bin einfach durch die mitte gekommen ja junge alter wenn du respawnst dann verlierst du nur mal die orientierung boah junge jetzt steht er nicht die ganze zeit ich bin einfach durch die mitte gekommen du musst ja jetzt ernsthaft die ganze zeit stehen freundchen nein okay du hast mich wenn du da einmal drin bist dann hast du mich das problem das wird immer so spannend wenn ich dich da runter buchse das war hex nein leck mich oh mein gott hi what the fuck gott seig hab ich da reingeguckt ey ich wollte dich eigentlich in ruhe lassen ja na lass mich doch okay mach ich mann warum hab ich den weg nicht etwas anders gebaut dann wär ich immer auf dem weg gelandet wenn du mich abschießt du gehst weg von der kiste und auch weg von diesem fliegen eisen ich wette du kaufst jetzt von der anderen seite beim villager ey egal ich bau da mal dein bett ab was ich hab dir doch gesagt ich bau da mal dein bett ab was gg egal ich kann keinen gg schreiben einmal hast du nicht drauf geachtet und dann kommt der sneaky dorm von der seite eigentlich also von aus der mitte ja ich wollte mir blöcke kaufen ja ich weiß eigentlich wollte ich mich nochmal besser equippen aber dann dachte ich mir wenn du jetzt oder nie alter der kauft gerade und dann eigentlich wollte ich schon machen als du an deine kiste gegangen bist und da irgendwas reingetan hast denk ich mal ja aber dann hätte ich dich noch bekommen ja ich weiß und dann habe ich schön dich runter geschlagen vom villager und das das war dann dein todesurteil genau so habe ich das auch mit dem grünen gemacht dann immer wieder runter steigen ist die beste taktik auf dem map naja leute ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch mal eine positive rettung da schreibt mal dem tobi so ein bisschen mitleid in die kommentare und abonniert um nichts mehr zu verpassen dann würde ich sagen haut da rein und ey wo bist du ja genau das würde ich euch sagen tschau